I'm in Flushing und Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil wahrscheinlich jetzt alle schon schlafen werden, aber es ist schon verdammt spät. Aber jetzt sollten die neuen Neo-Schwing freigeschaltet werden. Das Ganze habe ich gerade in einem Livestream schon gesehen und ich hoffe euch jetzt noch schnell das Info-View raus. So, und da sind sie. Die können wir natürlich jetzt ausrüsten und wenn wir die haben, können wir zum Beispiel einen Emote ausführen. Und jetzt tun sich halt diese Schwingen einfach nach dem Beat ändern. Sollte auch nur ein kleines Info-Video sein, die könnt ihr euch jetzt abholen, wenn ihr euch bis zum Montag, glaube ich, 16 Uhr einloggt. Ansonsten würde ich sagen, war es vom Video. Haut rein, wir sehen uns Montag um 15 Uhr wieder. Haut rein und ciao, Leute. Outro Guys du brauchst du Leistung Musik 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 Bis zum nächsten Mal.